Musik Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play O'Bronch Ja, ähm, mehr Spiele Äh, ich würd mal sagen Ich hab mich entschlossen, jetzt Homefront zu spielen Ich mach auch mehrere Let's Plays demnächst Ähm, ja, ich werd's wahrscheinlich nicht schaffen Jeden Tag eins herauszubringen Ja, äh, ja, wegen Schule, was weiß ich Ja, ich muss mal Ihr kennt das ja wahrscheinlich Und, ähm, ja Ich würd sagen, spielen wir mal Homefront Leider sind hier grad Scheiße Wie so Pack's drauf und spül Dreh Ja Ground Control A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C Ich bin nicht besonders, sie haben die Bereiche in diesem Spiel Und, ja, darum bitte ich, nicht so gut kommentare zu schreiben, wie Überschlecht Hör auf mit Let's Play Blablabla Ja, weil, was kann ich nicht aus Oh, die Runde ist gleich vorbei Wir haben Bravo Wir haben Bravo Ja, das war jetzt anscheinend ne kurze Runde Das würde ich sagen Naja Der Runde wird's besser, Männer Kann ich jetzt mal Ich werde auch mit Lachmargin Sein Account werde ich auch noch in die Beschreibung stellen Werde ich Let's Plays von Portal machen Von Ravage Oder, das heißt Ich weiß nicht, wie das heißt Genau, aber Nein Werde auf jeden Fall Noch, letzten Play 40 Minuten noch eine Zeit Ja Oh Schaut mal Schaut mal Hier A Sektor C meldet Kontakt Feindkontakt Sektor C Naufstärk Achtung, Granate fliegt Granate fängt wie gesagt wir verlieren es ist einfach wir haben die kontrolle über sektor verloren habe ich jetzt hier festhänge meine fresse dieser spaß die kann sich aufhänge mit seiner mutter die jungen ist so fett dass es sei reißen würde Oh, hier haben wir mit der Mutter die Schuss mehr. Oh, komm. Also, es ist mir leid, dass ich jetzt gerade so schlechtes Server gekotten habe, dass ich echt ausbreche. Alter, was ist denn? Da ist... Sektor A wurde gesichert. Echt? Doch. Alter, genau 2 auf 1 Junge, was soll das denn? Meine Fresse könnte sich ein Ereignis leisten. Ereignis. Oh, okay. Die Amerikaner nehmen Sektor A ein. Oh, wie viel ist das? Alter. Was ist denn jetzt hier? Oh, hier müsste auch mal A sicherlich hier nur so rückstehen und... Was ist denn da die Schuss? Sektor A wird jetzt vom Feind kontrolliert. Alter, wie... Was ist denn das Ganze hier? Hä, ist denn der Leid? Das war? Wie viel ist denn das Ganze hier? Was sind das denn? Die hatten immer mehr solche Öffrage... ... d... ... wie viel... ... beim Angezeichnen... Oh, das kann ich auch mal... ... kollab. Alter, wollen die mich den Arsch ficken, ey. Wir haben die Kontrolle über C wiedererlangt. Guck mal, das ist jetzt nämlich mal ein Guck hier. Brauche Verstärkung! Die Amerikaner nehmen B ein. Nein, du tust... Das meine ich. Weißt du, man braucht erstmal ein ganzes Magazin, um überhaupt mal jemanden zu töten. Sektor B wurde eingenommen. Darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Das Spiel ist einfach geil und so. Aber... Rückzug genossen, wir haben neue Ziele. So viele, so viele Egoisten. Feindlicher Helikopter kommt in unseren Rektor. Ich weiß nicht, das ist einfach... Position verteidigen! Ich weiß nicht, das ist ja der Bisschen. Das ist ja der Bisschen. Die Amerikaner greifen Sektor C an! Feindlicher Luftschlag steht bevor! Guck! 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 Man ist auf einmal tot! Das nervt wohl! Das ist auf einmal tot! Sektor B wird angegriffen! Wir haben Sektor A an den Feind verloren! Faltlicher Luftschlag steht bevor! Boah! Guck das an! Guck dir das an! Guck! Die können gar nicht spielen! Guck! Die sitzen da oben und sind heiß mit dem Flugzeug drin und denken die wären cool! Wobei die grad mit diesem Privatjet wahrscheinlich einen Fingerflug haben. Wechsel das Magazin! Sektor C ist nicht mehr sicher! Wir haben Sektor B verloren! Guck so! Sektor C ist unter KVA-Kontrolle! Alter, diese Rückstoß-Scheiße, Mann! Sektor C wird angegriffen! Guck! Guck dir das an! Alter, das ist doch keine... Sniper, Junge! Feindlicher Luftschlag steht bevor! Du Scheiße! Die Scheiße! Sektor A ist unter KVA-Kontrolle! Sektor A ist unter KVA-Kontrolle! Sektor A ist unter KVA-Kontrolle! Wir stehen unter KVA-Kontrolle! Sektor A ist unter KVA-Kontrolle! Ich geb den Headshot? Sektor C wurde eingenommen! Sektor C wurde eingenommen! Lade nach! Gib mir Deckung! Sektor C wurde eingenommen! Sektor C wurde eingenommen! Sektor C wurde eingenommen! Können die neuen Vorwarnungen ThunderATION? Sektor C Tromsky Ja, hallo. Ich bin der Olaf. Und ich will den ====-Schließen! Sektor könnte in트�antiere das passiert das Beklein und ich würde sagen Sektor B wurde gesichert das ist doch kacke jetzt weiß ich ich würde sagen das sind nicht jeden Tag um die bestimmte Uhrzeit oder wenn überhaupt mal jeden Tag also ich werde es wie gesagt nicht immer schaffen er werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen um 19 Uhr perfekt oder um was weiß ich wie viel Uhr das werde ich nicht schaffen das werde ich nicht schaffen Sektor A wird angegriffen ich habe ziemlich viel Schule Zeit also ich bin nur noch immer bis 16 Uhr ist alles nicht besser dann fahre ich noch eine Stunde in der Folge also es könnte immer knapp sein ich kann nichts versprechen wir haben die Kontrolle über Sektor A verloren denke ich dann ich habe den abonniert dass jeden Tag was rauskommt und so ja und wenn dann nicht immer was rauskommt die abonniert und sowas und ich werde es nur gesagt haben damit ihr halt versteht ich glaube meistens von euch haben auch mal so ein Problem dass die Schule ziemlich anstrengend halt aber ich scheiße ist das denn ich komme gar nicht durch die die Schule immer äh ziemlich anstrengend ist ob man nicht immer genau ja ihr wisst schon ich kann drauf jetzt Sektor A wurde gesichert ey wo Sektor A meldete Eikon ich will euch nur sagen ich bin schlecht in diesem Spiel ich bin einfach nur schlecht in diesem Spiel und hört auf mit diesen Kommentaren ich bin völlig schlecht in ich bin ich bin nicht auf Spiel macht keine netten mehr mehr nicht mehr nicht mehr so ein Spaß das Haus der Feind hat Sektor A eingeladen wie anstrengend ist es die ganze Zeit so die ganze Zeit so alles mögliche feindliches wie zu schneiden so was weiß ich äh wie so wir haben Sektor C befreit ja es ist einfach nur anstrengend diese ganze zu unternehmen das immer wieder Let's Plays aufzunehmen und es ist einfach ziemlich anstrengend und die wird aufhören weil wer die es nicht besser könnte zum Beispiel bei Lachmaltin hat letztens einer wir haben Sektor B verloren äh ja voll schlecht und so back der in Eis irgendwie total dummisch er hat nicht mal ein Video und drei Abonnenten wahrscheinlich hat er sich die selbst gemacht die drei Accounts und hat sich dann selbst ermordet wenn ihr es besser könnt dann hört auf damit hört einfach auf damit nervt so jetzt ist es raus die Amerikaner schießen auf uns Sektor C meldet Kontakt wir haben die Kontrolle über Sektor B wiedererlangt wir haben Sektor C verlo- so jo also das war's let's play Homefront Teil 1 schaltet auch das nicht immer wieder ein wenn es heißt Homefront mit dem Bett Black Crab ja ich hab grad meinen Namen vergessen tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal